Mein Name ist Kevin Bongos, Spieler vom SC20 Oberhausen. Ich bin Marcel Bongos, auch Spieler vom SC20 Oberhausen. Und wir tippen den Spieltag vom 11.9. Die erste Partie Königshaard, Blau-Weiß Oberhausen 2, 2 zu 2. Arminia Kloster 2 gegen Dosluxpor, 3 zu 1. Stärkrate Nord 2 gegen Schafagspor, 2 zu 1. Concordia gegen VfR 08 Oberhausen, 2 zu 2. Arminia Lierich zu Hause gegen Renania Bottrop, 2 zu 0. Schwarz-Weiß Altstein gegen Buschhausen 1912, 0 zu 3. Stärkrate 72 zu Hause gegen Glück auf Stärkrate Derby, 0 zu 0. Und wir gewinnen 4 zu 1 gegen Adler Oberhausen. Ciao!